Hallo, ich bin Diana Schell, ihr kennt mich bestimmt von Radio PSR, vielleicht auch von der Ladies Academy. Heute möchte ich allen Musikfreunden mal was ganz Wichtiges mitgeben, denn am 16. April, da gibt's das Best-of von Marcel Defane, und zwar im Original Sound. Und weltweit kommt das dann in die Stores und das Allercoolste für Leute wie mich zum Beispiel, die immer noch gerne was in den Händen halten, ja, es wird's auch als CD geben. Also, 16. April, Best-of von Marcel Defane. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.